Der DAX holt sich die Marke von 19.000 Punkte zurück. Wenn er es jetzt schafft, sich weitere wichtige Marken zurückzuholen, dann werden wir wohl sehr schnell ein neues Allzeithoch sehen. Und damit herzlich willkommen zu meiner DediDAX-Morgenanalyse. Bevor ich mit der Analyse starte, erst einmal der Rückblick auf die Analyse von gestern und mein Trading von gestern. Erst einmal hat der DAX das bullische Szenario gemacht und zwar, dass er sich ab der 18.900 stabilisiert hat. Er konnte nicht weiter fallen und führte direkt ab Handelsstart eine Stabilisierung aus. Die erste Handelsstunde war noch relativ unspannend, aber da war schon klar, okay, hier hat er nicht so wirklich Lust nach unten weiter zu gehen und dann im weiteren Verlauf hat er sich dann auch relativ zügig die 19.000er Marke zurückgeholt. Am Opening Low vom Vortag gab es noch eine ganz kurze Reaktion, aber so wie ich es gestern in der Analyse auch gesagt habe, wenn er die 19.000er Marke zurückholt und in die Opening Range vom Vortag eintaucht, dann sollte er eigentlich auch recht zügig an die Marke von 19.100 Punkte gehen. Und hier muss man dann wieder genauer schauen, weil hier sehr wahrscheinlich eine Reaktion stattfindet. Hier kam der DAX dann erst einmal nicht weiter. In der Nacht versuchte er noch einen kleinen Ausbruch, aber fällt jetzt auch wieder zurück. Somit ist dann die 19.000er Marke für heute auch die wichtige Marke. Wenn diese überschritten wird, dann wird erst einmal das nächste Ziel auf der Oberseite angesteuert, die 19.200 und hier ist so Make or Break a Point. Wenn der DAX dann auch diese Zone schafft rauszunehmen, dann sollte es eigentlich auch relativ zügig Richtung Allzeithoch gehen und dann natürlich auch weiter auf ein neues Allzeithoch. Vom Trading her habe ich es so umgesetzt wie gestern angekündigt. Ich habe eine neue Long Position hier auf diesem Tief eröffnet und dann weiter höher über eine Sell Limit Order dann eine Short Position reingenommen. Die Short Position läuft auch noch. Hier ist gestern nicht viel weiter passiert. Ich habe einmal den initialen TP zurückversetzt und dann zum Tageswechsel hin habe ich den TP dann auf Einstand gesetzt, wo dann der Trade auch nur ganz knapp nicht rausgeholt wurde. Ziel ist es hier diese Short Position zu beändern. Ansonsten werde ich sie alternativ über dem lokalen Hoch oder Höher mit einer Long Gegenposition erst einmal abhätschen und dann schauen wie die Geschichte dann weiterläuft. Analog zu dem Short, der hier noch offen war, den hätte ich über diesem Hoch hier abgehätscht mit einer Long Gegenposition, aber im weiteren Verlauf ging die Short Position ja raus, sodass ich dann auch die Gegenposition gelöscht habe. Also eine bei Stop Order, die ich da platziert habe und so werde ich es hier dann auch machen, wenn der Short jetzt nicht bis zum Handelsstart rausgeht, dann werde ich hier drüber oder höher, je nachdem wo der DAX dann letzten Endes notiert, eine bei Stop Order als Hedging Order platziere. Dann gehen wir weiter auf die aktuelle charttechnische Lage ein und der DAX legte gestern erst einmal einen positiven Handelstag hin. Der H1 Abwärtstrend ist noch intakt und somit gibt es noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der DAX im Rahmen des aktuellen Abwärtstrends weiter handelt, auch wenn er jetzt hier eine Erholung hingelegt hat. Was jetzt allerdings so ein bisschen dagegen spricht, ist jetzt halt, dass er es nicht geschafft hat, hier diesen Tiefbereich signifikant rauszunehmen und hier unterhalb dieses Bereichs eine Stabilisierung hingelegt hat und dann im weiteren Verlauf auch davon weggegangen ist. Wenn er jetzt die 19.100 nach oben rausnimmt, wäre dann erst einmal wieder die 19.200 interessant und dann wären wir erst einmal im Range-Szenario, wo wir dann hier wieder genauer schauen müssen, ob er dann nochmal rückläufig wird Richtung 19.000er Marke oder ob er es dann direkt schafft, die 19.200 rauszunehmen. Dann wäre das nächste größere Ziel die 19.300er Marke. Auf der Gegenseite, wenn der DAX die 19.000er Marke jetzt annimmt, dann sind wir noch im kurzfristigen Short-Szenario in der Abfolge von fallenden Tageshochs und dementsprechend auch mit dem Potenzial nochmal die 19.000er Marke anzusteuern. Hier müssen wir dann allerdings wieder aufpassen mit Short-Trades, weil hier dann eine Stabilisierung erfolgen kann und zwar in dem Sinne, dass wir hier eine Abfolge von höheren Tagestiefs bekommen. Das wäre dann das Long-Szenario, wenn der DAX dann erst einmal Richtung 19.000er Marke fällt. Unterhalb der 19.000er Marke sollte er eigentlich dann auch relativ zügig wieder Richtung Vortagestief gehen und dann wird es entsprechend auch interessant, wenn er das Vortagestief rausnimmt, dann hätte er tatsächlich wieder größeres Abwärtspotenzial. Also Short ist noch durchaus möglich, aber aufgrund des gestrigen Handelstages und aufgrund dessen, dass er sich relativ zügig die 19.000er Marke zurückgeholt hat, verschiebt sich die Wahrscheinlichkeit jetzt wieder mehr Richtung Long und somit müssen wir uns darauf einstellen, dass hier eventuell eine breitere Bodenbildungsphase stattfindet und dass wir jetzt hier diese klassische Bodenbildungsphase bekommen, um dann von dort aus weiter Richtung Allzeithoch zu handeln. Wir haben natürlich die Saisonalität der Jahresendrallye, aber der September hat auch wunderbar gezeigt, dass Saisonalitäten nicht zu 100% eintreten. Der September ja nach Saisonalität der schwächste Monat im Jahr und der September hat sehr stark sogar gehandelt und so muss man halt das auch betrachten, dass es natürlich im Schnitt dann entsprechend der Saisonalität wohl gehen wird, aber es gibt dann letzten Endes auch Jahre, wo es dann auch mal anders sein kann. Und im Hinblick der Jahresendrallye, wenn diese Saisonalität wieder eintritt, wird der DAX dann sehr wahrscheinlich auch Bodenbildungsphasen nach einer Korrektur auslösen. Ich hätte ihn gerne noch ein paar hundert Punkte tiefer gesehen, um dann günstige Preisniveaus zum Kaufen zu erreichen, aber wenn er jetzt hier schon finito hat, gut, dann ist es so, dann haben wir größeres Rallye-Potenzial und damit dann auch das Potenzial jenseits der 20.000er-Marke zu notieren, zum Ende des Jahres. Ja, der DAX reagiert jetzt hier aktuell an der 19.100er-Marke und von daher wird es dann entsprechend auch durchaus interessant. Ich werde für meinen Teil aufgrund des positiven gestrigen Handelstages im systematischen Handel eine neue Long-Position reinnehmen und das zwar im Market und die Short-Position von gestern. Wenn sie jetzt hier nicht noch in den nächsten Minuten, respektive Stunden rausgeholt wird, wird dann hier über dem lokalen Hoch oder höher durch eine Gegenposition gehätscht. Das war es dann an dieser Stelle mit dieser kleinen Analyse. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, Abo auch nicht vergessen und die Glocke aktivieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.